Ich möchte euch einfach traurig dafür einstehen, was wichtig ist, auch wenn es so viele anderen gibt, die teilweise nicht benächeln, aber egal wie viele wir sind, sie sind hier und sie sind laut und wir bleiben für das noch nicht stehen, weil es ist wichtig für uns selbst zu tun. Dankeschön. Vielen Dank. Ich möchte mich bei der Polizei bedanken, die jedes Mal dabei ist bei Wind und Blätter und ich bin froh, dass sie da ist. Also ich bin ein Fan von der deutschen Polizei, weil ich mich einfach sicher in unserem Land liebe und das Sicherheitsgefühl haben viele andere in anderen Ländern leider nicht. Also ich schließe jetzt die Veranstaltung offiziell und nochmal vielen Dank an alle, die da waren.